Du hast richtig gelesen, die beste Union-Glashütte, die man mit Geld kaufen kann. Du willst wissen, welche Uhr das ist? Aus Stolz würde ich natürlich am liebsten sagen, es ist die Belisa Datum Sport. Warum Stolz? Wir bei Alther haben von diesem Modell unsere am schnellst ausverkaufteste Alther Limited Edition rausgebracht. Leider ist es dieses Modell aber nicht, sondern es ist die nächste Evolutionsstufe der Uhr, die Belisa Datum Sport Pro. Ich zeige euch in diesem Video, was die neue Pro so viel besser macht als die alte klassische Belisa Datum Sport und warum sie das Wort Pro für Professional wirklich verdient hat. Die Belisa Datum Sport ist ganz eindeutig eine moderne Taucheruhr. Sollten Vintage-inspirierte Taucheruhrendesigns mehr dein Ding sein, dann findest du auf alther.de in unserem Magazin einen Beitrag, in dem unser Redakteur Luca erklärt, warum nicht mehr Vintage geht als bei der Doxa Sub 300T Clive Kassler Edition. Bevor du dich bei Google auf die Suche machst, am schnellsten findest du es über den zweiten Link in der Videobeschreibung. Auf unserem Magazin findest du übrigens jede Woche viele neue Uhrenbeiträge, um dein Wissen zu Uhren noch weiter zu vertiefen oder keine neuen Releases zu verpassen. Zurück zur Union. Warum ist die Pro besser als die klassische Belisa Datum Sport? Dazu müssen wir tiefer in die Unterschiede reingehen. Die Unterschiede fassen sich in drei Kategorien zusammen. Das ist einmal die Proportionen und die Größe. Das zweite Mal alles, was Professional ist. Und das dritte ist der Preis. Größe und Proportionen ist wahrscheinlich das, was viele im Tragekomfort vor allen Dingen bei der neuen Pro besser finden werden als bei der alten. Ja, ich weiß, viele von euch finden auch große Uhren gut, aber der Trend steht nun mal fest. Es geht immer weiter zu kleineren Uhren. Und kleinere Uhren können einfach immer an mehr Handgelenken getragen werden. Und in der Regel sieht es auch besser aus, lieber eine etwas zu kleinere Uhr als eine etwas zu große Uhr am Handgelenk zu tragen. Die Uhr ist natürlich trotzdem nicht klein. Um auf den Punkt zu kommen, 45 mm bei der klassischen Belisa Datum Sport, die ihr ja schon bereits kennt, zu 42 mm bei der neuen Pro. 42 mm ist da natürlich eine deutlich angenehmere Größe am Handgelenk. Der Lack-to-Lack hat sich auch verändert. Also die Größe von Anstoß zu Anstoß, von Norden nach Süden. Die Größe, die entscheidet, wie die Uhr sich auf dem Handgelenk trägt. Von 52 mm bei der klassischen Belisa Datum Sport, das ist wirklich schon sehr mächtig, sehr groß, zu unter 50 und zwar genauer gesagt 48,7 mm bei der neuen Pro. Dadurch lässt sie sich auf deutlich mehr Handgelenken tragen und steht auch nicht so sehr ab. Das heißt, sie trägt sich einfach ein bisschen kompakter. Und das in Kombination mit den 42 mm im Durchmesser wirkt einfach unglaubliche Wunder für den Tragekomfort. Auch bei der Höhe ist etwas passiert, von 12,1 mm auf 11,85 mm. Da ist der Unterschied jetzt nicht so groß und die Höhe war auch kein Punkt, wo man sich bei der alten irgendwie beschweren konnte. 12,1 mm für eine 45 mm Taucheruhr, das ist schon ziemlich flach. Was viele freuen wird, der Anstoß bei der größeren waren 21 mm. Bei der neuen Pro, die kleiner ist, ist der Anstoß aber größer geworden, 22 mm. Warum freut das jetzt einige? Na, der Anstoß ist gerade, keine ungerade Millimeterzahl. Das heißt, hier findet man einfach deutlich mehr Bänder zum Wechseln. Übrigens, einige Shots werdet ihr hier im Video am NATO-Band sehen. Das liegt daran, dass wir die Uhren teilweise als Dummies bekommen haben, die nicht gelaufen sind. Und die Uhr, die wir hatten mit einem funktionierenden Werk tatsächlich am Kautschukband war. Und das Kautschukband muss man schneiden, um es an einem Handgelenk anzupassen. Deswegen seht ihr die Shots, wo ich die Uhr am Handgelenk trage, teilweise am NATO-Band. Dieses Band ist nicht im Set dabei. Ich wollte es nur erklären. Da werden bestimmt Fragen aufkommen. Was auch zu den Proportionen gehört, allerdings für mich jetzt an keinem Millimeter festzustellen ist, sind die ganzen Proportionen der Lunette, des Zifferblatts und des Gehäuses. Für mich wirkt die kleine, die Pro, einfach deutlich stimmiger. Die Lunette ist weniger breit, bzw. das Inlay ist weniger breit im Verhältnis zum Zifferblatt. Das Zifferblatt hat nicht mehr so viel freie Flächen, da kommen wir aber gleich auch bei den Professional-Punkten noch zu. Und man sieht auch mehr vom Gehäuse. Ich hatte das Gefühl, dass die große Variante eigentlich nur aus Lunette und Zifferblatt bestanden hat. Und hier bei der kleinen ist ein Fokus mehr aufs Gehäuse gerutscht. Wir drehen hier gerade das Videomaterial für die Uhr. Wir wollten eigentlich rausgehen, vielleicht hört ihr aber, es regnet total. Ich wollte euch aber eben noch Bescheid sagen, dass die Pro jetzt in allen Varianten auf alther.de im Shop verfügbar ist. Soweit zu den Proportionen und zu der Größe. Schreibt jetzt schon mal in die Kommentare, welche Größe ihr von den Stats her stimmiger findet und natürlich auch von den Bildern. Kommen wir zu den Professional-Eigenschaften der neuen Pro. Hier gibt es auch wieder ein paar Unterteilungen. Einmal die Lunette. Ich bin ja gerade schon darauf eingegangen, dass für mich die optisch ein bisschen besser aussieht von den Proportionen stimmiger. Was ich auch optisch deutlich besser finde, sind die groben Rifflungen. Das hat natürlich auch einen Professional-Hintergrund und zwar unter Wasser, vielleicht auch mit Handschuhen, mit nassen Händen, kann ich die Lunette einfach ein bisschen besser greifen. Das Lunetten-Inlay bei beiden Varianten ist übrigens aus Saphir-Glas. Was man hier bei der neuen Pro sieht, ist, dass auf die 10 auf der Lunette bei der Minuteneinteilung verzichtet wurde. Also auf die Zahl 10. Dadurch haben wir eine bessere Ablesbarkeit auf der Tauchskala in den ersten 15 Minuten. Dadurch ist die Lunette und damit die Tauchzeit etwas besser ablesbar. Grundsätzlich ist die ganze Uhr deutlich ablesbarer als die klassische Belisa-Datumsport. Einmal ist die Minuterie vom Zifferblatt aufs Rio gewandert. Dadurch ist sie nochmal abgetrennter und der Sekundenzeiger, der wirklich sehr, sehr lang ist und nochmal eine Spitze hat, geht fast bis ans Rio ran. Das heißt, sie kann nicht auch die Sekundenunterteilung wirklich gut ablesen. Außerdem ist die Größe und Länge der Indizes etwas gewachsen. Das heißt, alle Indizes, alle Stunden haben einfach eine größere Markierung. Es ist mehr Leuchtmasse drauf. Ich kann hier sie deutlich besser ablesen. Dazu sind auch die Indizes auf 9 und 6 Uhr etwas dicker geworden und nochmal in quasi zwei Kammern der Leuchtmasse unterteilt. Auf 12 Uhr ist dieser gedoppelt und auf 3 Uhr ist er leider durch das Datum etwas weniger Platz. Aber wir haben trotzdem diese Unterteilung in zwei Kammern. Das heißt, wir haben da einfach quasi eine kleinere Version von den sonstigen Viertelstundenindizes. Bei der 45mm-Variante waren die Zeiger noch teilweise skeletiert. Das sind sie hier bei der Pro nicht mehr. Das heißt, wir haben deutlich mehr Leuchtmasse und dadurch natürlich bei Dunkelheit, aber auch bei Tag mehr Ablesbarkeit. Dadurch, dass auch etwa eine größere weiße Fläche ist. Der Stundenzeiger unterscheidet sich vom Minutenzeiger. Genauso wie die Viertelstundenindizes sich von den normalen Indizes unterscheiden. Und zwar sind hier zwei Kammern oder zwei Felder der Leuchtmasse. Der Stundenzeiger ist da aufgeteilt. Auch der Sekundenzeiger hat hier Leuchtmasse. Bei der Platzierung vom Datum kann man sich jetzt streiten, ob das der Ablesbarkeit hilft oder ob es überhaupt keinen Unterschied macht. Dafür aber die Symmetrie stört. Bei der 45mm-Variante war das Datum auf 6 Uhr oder ist das Datum auf 6 Uhr. Und bei der neuen Pro haben wir das Datum auf 3 Uhr. Für mich ist das ein Punkt, der die Ablesbarkeit tatsächlich verbessert, weil man von den meisten Uhren gewohnt ist, die Datumsanzeige auf 3 Uhr zu finden und da dann der erste Blick auf der Suche nach dem Datum hingeht. Jetzt kann man sich auch wieder darüber streiten, braucht man überhaupt ein Datum bei einer professionellen Taucheruhr? Wahrscheinlich nicht. Ein Punkt, der bei einer professionellen Taucheruhr natürlich überhaupt nicht fehlen darf, ist die Wasserdichtigkeit. Und diese ist gestiegen von 200m bei der 45mm-Variante zu 300m, also wirklich ein professioneller Stat hier bei der neuen Pro. Eine Taucheruhr ist zwar ab 200m eine Taucheruhr, 100m, das ist zwar zum Schwimmen geeignet, aber noch nicht wirklich zum Tauchen. Aber erst ab 300 ist eigentlich quasi diese magische Grenze überschritten, wo man sagt, es ist wirklich eine professionelle Taucheruhr. Wie weit das jetzt physikalisch wirklich Sinn macht, aber bei uns im Kopf der Uhrenenthusiasten ist es auf jeden Fall so. Auch die Armbänder sind deutlich tooliger geworden. Sowohl die Kautschuk-Armbänder als auch die Edelstahlarmbänder. Besonders beim Edelstahlarmband sieht man aber die Unterschiede sehr deutlich. Wir haben hier keine polierten Zwischenelemente mehr. Das ganze Armband ist satiniert, spricht für eine Toolwatch. Das heißt, wenn wir uns Kratzer einfangen, sieht man sie weniger und eine Toolwatch muss jetzt nicht glänzen. Da muss jetzt kein Blingi-Effekt dran sein durch polierte Mitglieder. Und den größten Unterschied, der die Professionalität hier unterstreicht, ist die neue Schließe. Bei der großen Variante haben wir eine Butterfly-Falzschließe. Also eine Schließe, die sich auf beiden Seiten öffnet, die versteckt ist. Das heißt, die ist ins Armbanddesign integriert, man sieht sie nicht wirklich. Und das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum man eine Butterfly-Falzschließe hat. Damit sie nicht auffällig und präsent am Armband zu sehen ist. Deswegen kommt sie eher bei dressigen oder schickeren Uhren vor und eigentlich nicht bei Toolwatches oder Taucheruhren. In diesem Fall haben wir bei der Pro eine wirkliche professionelle Taucheruhrenschließe. Eine Falschließe, die nur in eine Richtung aufgeht. Das heißt, wir haben hier den Vorteil, dass wir sie schneller und einfacher auf und zu machen können. Und wir haben hier bei allen Varianten, egal ob Kautschuk oder Stahlband, eine Tauchverlängerung. Das heißt, wir haben nochmal zwei Knöpfe und wenn wir die drücken, können wir die Schließe nochmal etwas auseinanderziehen. Und haben so etwas Platz für eigentlicher Use Case. Die Verwendung der Uhr über einem Neoprenanzug, dass ich keine Elemente einsetzen muss oder mir ein anderes Armband dran machen muss, um die Uhr über Neoprenanzug anzuziehen. Aber faktisch benutzt es natürlich die meisten Leute im Alltag, um Schwankungen im Handgelenksumfang, irgendwie bei Hitze oder beim Sport auszugleichen, dass die Uhr nicht zu eng wird. Ein Punkt, den die Union Glashütte Belieser einzigartig macht, egal in welcher Ausführung, sind die aufgeschraubten Flanken. Bei der blauen Version, sowohl bei der großen als auch bei der kleinen, sind diese normal aus Edelstahl in der gleichen Farbe wie das Gehäuse. Aber trotzdem kommen hier Kratzer drauf, kann der Uhrmacher das ganz einfach abschrauben und da super einfach drüber arbeiten, polieren oder satinieren, je nachdem, um da einfach nicht ans Gehäuse zu kommen, deutlich einfacher zum Aufarbeiten. Bei der schwarzen Variante sind die aufgeschraubten Flanken auch schwarz. Bei der großen 45mm Variante sind diese aus Kautschuk. Bei der kleinen Pro, allerdings aus DLC-beschichtetem Edelstahl. Warum hat man jetzt diese Änderung vorgenommen? Ist nicht Kautschuk theoretisch, dadurch, dass es weniger kratzeranfällig ist und ein Material, was vielleicht auch noch ein bisschen Federung hat, das tooligere Material? Ja, das kann sein. Allerdings ist es auch ein Material, was eine deutlich kürzere Lebenszeit hat als DLC-beschichteter Edelstahl. Klar, der DLC-beschichtete Edelstahl kann auch mal Kratzer bekommen, aber dafür ist es ja eben DLC, Diamond-like Carbon und keine PVD-Beschichtung. Da haben wir trotzdem nochmal einen deutlich härteren Härtegrad als jetzt auch bei klassischem Edelstahl der Fall. Und es ist einfach ein Material, was eine natürlich längere Halbwertszeit hat. Das heißt, wenn ich die Uhr normal im Alltag trage und sie nicht so trage, dass sie wirklich Kratzer bekommen kann oder oder oder, dann ist Kautschuk das Material, was schneller gewechselt werden muss als DLC-beschichteter Edelstahl. Übrigens ein Punkt, der natürlich bei keiner Taucher-Toolwatch fehlen darf, sind die Kronenschützer. Die sind hier Teil dieser aufgeschraubten Flanken und bei der 45mm-Variante haben wir keine Kronenschützer. Da ist eine etwas größere Zwiebelkrone verbaut, hat ein bisschen so einen Vintage-Look. Erinnert mich tatsächlich eher an Fliegeruhren als an Taucheruhren, aber hier bei der Pro ist es wirklich professionelle Taucheruhre. Taucher-Krone, sehr gut einstellbar und Flanken, die dann eben mit Kronenschützern ausgestattet sind. Schreibt mir in die Kommentare, ob das Wort Pro für euch bei der neuen Uhr wirklich angebracht ist. Ist sie professioneller als die 45mm-Variante? Ist sie professionell genug für das Wort Pro? Ist sie professionell genug für euch? Welche Uhr findet ihr hier besser? Die nicht-professionelle klassische 45mm-Variante oder die neue Pro? Und wir kommen zum Unterschied 3, die Preise. Wie sich der ein oder andere denken mag, ist die Pro etwas teurer als die klassische Variante. Wir haben eigentlich weniger Material, größere Uhr, mehr Material, mehr Preis. Nein, Quatsch, so ist es natürlich nicht. Es ist so, dass bei der neuen Pro die Uhren tatsächlich etwas teurer sind. Und zwar sprechen wir beim Stahlband von einem Unterschied bei der klassischen Variante 2450 Euro und bei der Pro Stahlband-Variante 2800 Euro. Bei der klassischen am Kautschukband sprechen wir von 2300 Euro und bei der Pro von 2650 Euro. Ich finde, die Preisunterschiede sind sehr fair. Man kriegt deutlich mehr für sein Geld. Kronenschützer, bessere Ablesbarkeit, griffigere Lünette, deutlich besseres Armband mit deutlich besserer Schließe. Und ja, das sind einfach Unterschiede, wo der Preis dann wirklich gerechtfertigt ist. Apropos Kautschukband. Wie findet ihr eigentlich das Design, dass wir quasi auch beim Kautschukband ein Endelement haben, von dem dann das restliche Kautschukband abgeht? Natürlich gibt es auch einige Gemeinsamkeiten zwischen der großen 45mm-Variante und der Pro. Und die Gemeinsamkeit, auf die ich hier im Video auf jeden Fall zu sprechen kommen möchte, ist das Uhrwerk. Es ist das Glashütte-Uhrwerk UNG-07.S1. S1 steht hier für die Silizium-Unruhspirale. Das heißt, antimagnetische Eigenschaften für das Uhrwerk. Und wir haben hier eine Gangreserve von 60 Stunden. Klar, aktuell ist man sehr verwöhnt, wenn es um Gangreserve geht. 80 Stunden, 70 Stunden, 120 Stunden oder noch mehr werden ja von vielen Uhrenherstellern aktuell rausgebracht. Aber 60 Stunden zählt länger als zwei Tage. Was heißt, es ist wochenendsicher. Ich kann sie freitags ablegen, kann sie montags wieder anziehen. Oder generell schön sauber in eine Rotation in der Sammlung einbringen, ohne dass ich dauernd die Uhr wieder aufziehen muss, wenn ich sie mal ein, zwei Tage nicht getragen habe. Für mich optimal. Länger muss eine Gangreserve für mich bei einer Toolwatch nicht unbedingt sein. Genau das gleiche Uhrwerk hat auch eine andere Neuheit von den Jungglashütte dieses Jahr. Die neuen Noramis-Datum mit den bunten Zifferblättern, zu denen ihr hier mein Video findet. Wir sehen uns da. Ciao.